GTA 5 ist der vorläufige Höhepunkt einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Rockstars Gangster-Ballade gilt als DAS Sinnbild für moderne Open-World-Action. Und doch wurde das eigentlich recht durchschaubare Grundprinzip der Grand Theft Auto-Serie zwar oft kopiert, aber niemals erreicht. In unserem Video-Special zeigen wir zehn vergangene Genre-Konkurrenten, die es der einst mit dem Rockstar-Platzhirsch aufnehmen wollten. Ein detailgetreu nachgebautes, virtuelles London, cineastisch inszenierte Zwischensequenzen, in der Theorie klang The Getaway wie eine echte Bedrohung für GTA. Doch die gespielte Realität sah gänzlich anders aus. Sonys Möchtegern-Epos kam in Sachen Steuerung und Kamera einem offenbar Wahrungseid gleich. Besonders die ungelenkten Schießereien sorgten für Frost. Auch wenn man seine Spielfigur durch bloßes An-die-Wand-Lehen heilen konnte – was für ein Unsinn. Der direkte Nachfolger mit dem Untertitel Black Monday wurde nur wenig besser. Die angekündigte PS3-Episode komplett eingestampft – zum Glück. Eine Spielwelt, die 250 digitale Quadratkilometer groß war, über 100 Missionen und drei unterschiedliche Enden. Die True-Crime-Serie ging mit Streets of LA in die Vollen, blieb jedoch aufgrund diverser Ungereimtheiten hinter den hohen Erwartungen zurück. Und das trotz der innovativen Nahkämpfe, die an Beat'em Ups erinnerten. Im zweiten Teil der Serie wurde der Schauplatz dann an die Ostküste der USA verlegt. True Crime New York City krankte jedoch an zu vielen Bugs und einer uninspiriert klischeehaften Story. Und die dritte Ausgabe von True Crime spielte schließlich in Hongkong, kam aber nach einigen Publisher-Wirren als Sleeping Dogs auf den Markt. Oma, rede mal mit Ned Flanders. Er wirkt verärgert und deprimiert. Warum ich? Ich bin der beste Nachbar der Welt. Ich hab sogar einen Becher, wo das draufsteht. Open-World-Action muss nicht unbedingt brutal und bierernst sein, wie The Simpsons Hit & Run auf herrlich locker-lässige Art zeigte. Huma, Bart & Co. erledigten im Virtua & Springfield amüsante, zumeist recht simple Aufgaben, mal zu Fuß, mal an Bord eines der zahlreichen Fahrzeuge. Und der typisch schwarze Humor der gelben Fernsehfamilie sorgte schließlich dafür, dass Hit & Run auch erwachsene Spieler prima unterhielt. Wenn ich am Ziel angekommen bin, dann nehm ich allein. Wäre der Undercover-Cop-Tenner doch nur hinter dem Steuer seines Mustangs sitzen geblieben. Denn die Zu-Fuß-Ausflüge des Driver-Helden sorgten im dritten Teil der bis dahin so coolen Reihe für blankes Entsetzen. KI-Aussetzer, Bugs ohne Ende und eine Steuerung, die so bockig war, wie ein tollwütiger Rodeo Gaul, ließen das sündhaft teure Open-World-Spiel zur Lachnummer werden. Kein Wunder also, dass Entwickler Reflections in der Folge zurückruderte und sich auf seine Stärken besann. Im großartigen Driver San Francisco wurde wieder ausschließlich gerast und Tenner war rehabilitiert. Schon fünf Jahre bevor Rockstar mit Red Dead Redemption Western-Videospiele wieder salonfähig machte, hatte Neversoft dieselbe Idee. Und das Tony Hawk Studio lieferte mit Gunn einen Titel ab, den nicht wenige Spieler bis heute als Kult ansehen. Von Pokerpartien über Postkutschenraub bis hin zur klassischen Duellen bot die Cowboy mehr alles, was das Genreherz begehrt. Allerdings blieben die Verkaufszahlen wieder mal hinter den Erwartungen zurück, der bereits geplante Nachfolger erschien nie. Er ist grün, hat dicke Muckis und steht wie kaum ein anderer Superheld für zerstörerische Wutanfälle. Ergo ist Hulk der ideale Frontmann für ein Open-World-Spektakel, in dem man alles kurz und klein hauen kann. Dachte sich Entwickler Radical Entertainment und setzte dem Comic-Koleriker mit Ultimate Destruction ein digitales Action-Denkmal. Der beachtliche Erfolg des Titels sorgte dafür, dass Radical fortan noch weitere Genre-Vertreter produzierte. Unter anderem eine beindizierte Filmumsetzung mit Al Pacino und Activisions Millionen-Flop-Prototype. Ein prolliger Sylter mit Irokesen-Frisur, der sich durch das krisengebeudelte Nordkorea ballert? Über Geschmack lässt sich im Mercenaries Playground of Destruction trefflich streiten. Spielerisch bot die maßlose Action-Sause, aber einige spannende Ansätze. So konnte man jedes x-beliebige Vehikel kapern und getreu dem Spieltitel so ziemlich alle Gebäude wegspringen. Außerdem sorgte die zynische Finanzkomponente für Dauermotivation. Pandemic schuf später noch einen Nachfolger mit dem Titel Word in Flames, doch der zündete nicht so recht. Weitere Mercenaries-Teile wird es demnach nicht geben. Es ist zu lange, seit du hierher gekommen bist. Was beschäftigt dir? Gott, Vater. Mein Mann war immer loyal zu dir. Francis Ford Coppola's Der Pate-Trilogie gehört zu den großen Meisterwerken der Kinohistorie. Umso entsetzter waren Sineasten, als Electronic Arts den melancholischen Stoff zum Aufhänger für ein Open-World-Videospiel machte. Der Pate Das Spiel mühte sich zwar redlich der brillanten Vorlage gerecht zu werden, scheiterte aber grandios. Zu plump waren die Kloppereien, zu eindimensional die Spielmechanik. Den furchtbaren zweiten Teil schweigen wir an dieser Stelle tot, so wie es ein ehrloser Mafioso verdient. Ich habe Geld. Ich bezahle dir. Guten Abend, Liefer. Komm mal. Das ist genug. Hey. Vito! Hey, danke, dass du hierher gekommen bist. Ich wusste, dass ich dich an dich kümmern könnte. Was für? Frank ist organisiert eine Sitzung mit den anderen Bossen und er hat fast alle meine Leute als die Welt der Italo-Gangster faszinierte auch das tschechische Entwicklerstudio Illusion Software so sehr, dass man 2002 einen PC-Hit mit dem ebenso schlichten wie passenden Titel Mafia veröffentlichte. Dessen Konsolenumsetzung geriet jedoch zur Katastrophe und wir wenden uns lieber dem Nachfolger zu. Mafia 2 sah nämlich toll aus und bot reihenweise spannende Charaktere. Zu dumm nur, dass die Spielwelt zu bloßen Fassade degradiert wurde. Mehr als ein paar Klamottenläden gab es nicht zu entdecken. Eine Schande, Luigi! Komplettiert wird unsere 10er-Bande von dem Softwareauftritt eines Hollywood-Superstars. Mit The Wheelman wollte nämlich niemand Geringeres als Vin Diesel himself zeigen, wie man Kinofilm und GTA-Klon miteinander kombiniert. Parallel zur Open-World-Raserei durch das virtuelle Barcelona sollte nämlich auch ein entsprechender Actionstreifen entstehen. Die Betonung liegt auf sollte. Denn The Wheelman floppte furchtbar und die Leinwandadaption ward nie mehr gesehen. Mr. Diesel dürfte deshalb wohl noch brummeliger gewesen sein, als er ohnehin schon immer war.